und hallo leute und herzlich willkommen hier soll es gute sachsen und wir sehen wir sehen ja wir sehen sich spiel micraft das ist schlimm aber wir spielen heute wie immer am samstag um 20 uhr der micraft days war woran liegt im micraft days ich mache meine eine aufnahme dauert nur einen tag ganze tag 24 stunden micraft welt so es hat endlich aufgehört zu regen seit gestern 1 2 3 4 5 6 7 ja hat aufgehört zu reden ich mache nur kurz hier und wir müssen 1 2 3 5 6 so die weise muss erweitert sein die kühe werden bald geschlachtet sein langsam wechseln sich ich verdammt schnell wir haben ja verdammt viel und der hühnchen hat kein Ei da hast du Ei so wir sammeln ein stick Ei würde ich sagen bis der hühnchen endlich geplatzt ist dann wir vielleicht dann haben wir mehr glück mit den eiern aber momentan haben wir so ein beschissener glück was haben wir vergessen ja bei mir klar und ich werde irgendwann das benennen wo was ist aber theoretisch brauchen wir nicht so also erstmal Karotten das brauchen wir sehr schön das alles weg das brauche ich nicht das leute brauchen auch nicht so ein Ei ein Kartoffel äh das brauchen wir nicht ein Kürbis haben wir diese Sachen so und mache ich das gleich da ja mal sehen ich glaube weniger die Kühe können wir heute ohne Essen erleben überleben erleben ja die Kühe können wir erleben und essen mal so hier machen Karotten aber sind echt ziemlich knapp muss ich sagen zack 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 reicht schon so da haben wir das geht zu dann geht die Kartoffeln natürlich jetzt wieso denn kleine weil wir werden so gut wie nie Karotten benutzen bald für eine Person werde ich so viel Essen haben das reicht mir für ein ganzes Jahr muss ich nichts machen das hier oh ja alles klar einer einer fällt so und hier kommt Melonen Leute nur werde ich hier klein bisschen Problem geben äh wie Problem so Melonen quer können wir nicht wie andere machen müssen wir so machen ich weiß nicht wie viel ich weiß nicht wie viel es werde geben aber werde paar geben so 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 da da und da und da und da und da wir haben wir schon Mittag 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 ist schon vorbei Mittag haben wir sehr schön Hündchen hast du ein Ei oder nicht so bestraf ich dich nein hast du kein Ei Nein aber du armer sowieso einsam allein ich werde gehen sie besuchen aber ich weiß nicht wo sie nix kühlen weiter so das bleibt die waren wir okay dann machen wir das kurz so muss ich kurz im wasser schauen ob manche flügen die fließen rein in den see natürlich nicht die fließen nicht die manchmal kommen rein so theoretisch praktisch und so weiter haben wir gehen machen was wir wollten ja mal also haben wir geerntet wir haben jetzt sehr 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 viel folgen verbracht für diese baupläne und deswegen werde sein das mache ich hier oben sand weg erde bleibt das weg das weg das brauchen wir nicht wir wenn heute so dass wir weg dass ein wird auch weg gehen dürfte oder die brauche ich nicht aber das nämlich muss ich gleich einmal nehmen mit wasser natürlich das frau ich ja rein essen so wenn wir kurz noch essen so viel auch nicht vier stück genau und ja natürlich wie immer haben fast jede folge vergessen einmal so gehen wir nach unten diese folge werden wir haben diesen minuten verschwenden zeit nur jetzt muss ich mir kurz orientieren ich war lange nicht in der mine so das heißt ich werde muss ich mich schauen da waren wir da war mir nicht und da ist auch kies ich weiß aber ich brauche ich unbedingt habe ich schon irgendwelche folge gesagt ich muss sehr viel kies sammeln weil kies verwendet für den wege und das was ich habe vor ich glaube ich glaube ich glaube ich ganze kies ich habe so ich hoffe erreich ich es noch für heute diese schaufel hier sind wir die kacke das reicht nicht ich habe keinen bock mit äh mit händen das abbeutel so aber theoretisch sieht gut aus haltet jemand schon länger aus als ich habe erwartet ich habe gedacht wir sind schon längst tot ja tot wird der schaufel längst tot sein nein ich habe gedacht wir den längst kaputt gehen ah ja hier haben wir noch zwei perfekt wie viel haben wir ein sticks wunderbar so sollte laufen und habe ich eine ich bin behindert oder ich bin so ah ich nehme für ganze nacht und ganze tag eine spitze ich bin so blitzmerker ich merke dass sowas von so theoretisch mache ich diese Seite theoretisch muss ich nicht machen aber machen wir so zwei hier weiter geht es das nächste doch da ist noch was ne so ab jetzt kommen wir bei der sache äh sache bei der seiten oder ja so was ich hier schon angefangen oder was naja so ich werde froh wenn ich finde noch diamanten ich werde so glücklich die glückliche mensch der auf den ganzen welt öpsala jo die glückliche mensch der welt macht einen fehler schon so mache loch in arm in den Boden warf den Boden so natürlich Eisen das brauchen wir unbedingt noch Eisen ist immer wieder gebraucht so ich bin anspann ich bin anspann ob wir auf eine hmmm das sieht interessant aus so für mich weil ich habe was tolles gefunden hm wieso schaue ich hier wenn ich will zu euch reden wir haben was tolles gefunden das wäre der Kies hm sexy Kies hm so und es geht gleich kaputt wundervoll es beginnt gleich aha 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 es ist gerade draußen ein nacht passiert nicht nacht passieren ist es nacht gerade nach außen oder ist es gerade gewonnen oh scheiße da habe ich geahnt so wir haben zwei sticks sehr schön das wollte ich nicht haben aber hier gut kann man nichts machen haben wir Eisen gefunden das was mich übertrieben freut ist die Eisen runter muss ich das später machen brauche das noch ja komm scheiße auch für jetzt scheiße auch für jetzt äh momentan ich höre ich keine äh bebebebe lauer das ist sehr 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 zufrieden finde ich auch ja die Kies brauchen wir Ich habe das Gefühl, das geht ja mein Fehler und ich habe keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu machen. Das ist schön, hier ist ein großes Loch, wo ich mir einen Fall bauen kann. Natürlich, ja. Theoretisch kann ich schon einen Fall bauen. Theoretisch wird dieses, glaube ich, gehen. Falltüren bauen. Aber das brauche ich sehr viel Redstone kombinieren, wie das sollte gehen und so weiter. Ja gut, kann man machen. Oh, coole. Wenn gleich gehen wir die Spitzhack kaputt, gehen wir gleich nach oben. Oh, da ist es gleich. Tag wird passieren, aber glaube ich weniger. Ich glaube der Spitzhack wird schnell kaputt gehen. Statt wird schon morgen. Morgen früh wird das. Aber ja, gut, kann man nichts machen, Leute. So. Wie viel haben wir die... Oh, oh, oh. Das ist schon was. Schon nice. Farming. Oh. Redstone. Kabelbilder. So. Und jetzt. Was machen wir jetzt? Todes. Hm. Das könnte rein, gell? Natürlich machen wir weiter. Und dann müssen wir einfach packeln. Aber gleich gehen. So, so schlafen. Okay. Andere Seite. Da ist schon noch zu tief. Auf ein Loch will ich nicht reinfallen. Und verschwende meine sehr, sehr wertvolle Zeit. So. Hier am nächsten Platz. Okay. Haben wir noch Platz. Ich habe gedacht, mein Wetter ist langsam voll schon. Aber so viele Steine und Dinge haben wir noch nicht. Gott sei Dank. Mhm. Jo. Was habe ich gesagt? Ich glaube, schneller geht in uns Spitzhackel aus. Als diese Ding. Äh. Hier. Nein. Aha. Dann machen wir so. Das. Jeder weiß. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Was ist denn für Scheiß? Was ist das? Ja gut. Dann lassen wir doch. Ja. Ja. Das geht auch nicht. Ja. Gehen wir nach oben. Schnell. Schnell. Schnell nach oben. Zacki. Zacki. Hoppsa. Ich bin wacky schon. So. So. Leute. Ich habe mir heute nicht viel gemacht. Nien mehr. Haben wir gemacht heute. Haben wir geblendet. Und so weiter. Und so fort. Wenn ihr den Puzzern gefallen, macht einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr zwei Daumen nach oben macht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Und bis nächstes Mal. Ciao.